Und verteile nochmal zwei Skill-Punkte. Gut, wir können mal die Fun-Map starten. Also, ihr seht, das ganze Gebiet kennt man schon. Auch die Gegner. Ja, LOL! Scheiße! Fuck! Aber mit dem Random Teleport? Ich dachte eigentlich, wir teleportieren uns. Ja, das hatte ich auch befürchtet. Das ist ja viel geiler gewesen. Was war nochmal bei Death? Äh, äh, verfolgen irgendwie was. Also, nicht verfolgen, sondern verfluchen. Geil. Ah, das ist nur, wenn du stirbst. Oder ist das... Ach nee, das sind diese grünen Wolken, die immer kommen, wenn ein Monster stirbt. Was heißt das? Ja, das ist Gift-Schaden. Der dir zugefügt wird, sobald ein Monster stirbt. Oh. Toll. Ja, ihr seht, Mapworks ist ganz lustig. Das stell' ich mir grad beim... beim Boss lustig vor da. Hier auch noch ein Boss kommt mit anderen Fähigkeiten als die im normalen Spiel. Äh... Eieieiei. Ach, wenn der doch mal stehen werden würde. Ich wollte mich teleportieren. Nicht hier. Ja, das stirbt doch. Lass dich mal nicht so oft treffen. Das sagt sich so leicht. Dann lass' du dich auch nicht so oft treffen, ey. Ich werd' fast gar nicht getroffen. Jaaaa, das ist richtig. Ich blocke fast alles. Tut mir leid, dass ich über 60% Chance Block hab. Ist, äh, nicht erlaubt. Loll. Ach, stirbt doch. Ach, komm. Das ist ätzend. Hast du hier irgendwas mit Magic Find nehmen können oder so? Hab' ich auch schon gekauft. Die hab' ich zuerst gekauft und dachte mir aber, ne, komm. Wollte mal was lustiges zeigen. Ja, das, äh... Ich fall' von Begeisterung fast vom Stuhl. Alter, ich krieg' den Wolf hier nicht! Ahhhh. Wolf? Loll, wo bist denn du? Ich bin hier unten. Ich geh' um zu einem bisschen Champion, der sich die ganze Zeit rum teleportiert und Giftwolken macht und alles Mögliche. Und du verfolgst doch in irgendeinem Wolf. Wollte. Wollte. Wollte teleportiert sich ja auch so schon der Typ. Und dann hat er noch den Random teleport, wenn er mich trifft. Wollte. Oh. Bleib stehen. Bleib stehen. Jetzt, bleib stehen. Bleib stehen. Muss er, da. Ja. Los, hier komm. Okay, ich glaub' die Folge wird's ne Stunde länger. Ich krieg' den Film nicht tot. Soll ich dir helfen, Minion? Es wär' nett. Hä? 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 Hä, wo ist jetzt der Pass? Ach da. Hä? 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 Aber ich stell mir das lustig vor, wenn dann der Editor draußen ist. Dann kann man die Maps doch selber machen. Ja. Wenn man dann wirklich machen kann, dass man sich selber rumteleportiert, wenn man getroffen wird und so. Das ist bestimmt lustig. Gibt es wahrscheinlich schon irgendwie, aber... Glaube ich nicht, weil das ist ja eigentlich hier bei Player drin gewesen. Deswegen wundert es mich, dass die Viecher sich teleportieren und nicht... Naja, ist ja, wenn der Player getroffen wird, vielleicht wird das irgendwie so gemeint. Weiß nicht. Das eben ist ein komisch irgendwie. Von 200% Chance, ob die Teleportieren die sich trotzdem nicht die ganze Zeit. Doch, immer wenn man getroffen wird. Ja, okay, bei mir vielleicht nicht, wenn ich blocke. Hallo. Ja, was soll das denn? Ich wollte mich gerade heilen, weißt du, und dann... Ja, ist nicht. Dann konnte ich mich nicht mehr bewegen und dann... Äh, tot. Voll, ja, warum? Du bist gestorben? Ja. Ja. Ach, ich komme zu dir. Ich glaube, bei mir gehst du weiter. Ja, okay. Ich... Sag dir dann Bescheid, wenn ich irgendwann mal mit den drei Gegnern fertig bin. Ja, ich habe auch gerade... Was? Na, komme ich zu dir halt. Das ist halt das Problem, wenn ich... wenn man jetzt hier kein Damage macht, ne? Ja. Ach, bin der Schande, ne? Der könnte mir noch eine Verzauberung draufpacken. Aber das kostet mich ganze 33.000 für die Waffe. Ja. Oh, ja. Du mal hier der Walden, geh ich noch. 42.000 für meine Brustrüstung. Richtig cool. Das war da nichts, sitzt. Ach so, ist aber gar nichts mehr. Ja und in diesem Map farmen wir eigentlich auch Items, also ich zumindest mach das so. Ich weiß nicht wie der Lurker das macht. Ja, also ich benutze das selten momentan. Zumindest nicht so eine Map! Ne, so eine Map spiele ich eigentlich auch nicht, deswegen wollte ich mir die ja mal angucken. Und da du mir die Wahl gelassen hast... Hab ich das? Ach komm! Musst du, ist das jetzt unten? Ja, ne, keine Ahnung, ich glaub hier oben. Ach, da ist er! Ja! Ja! Komm, jetzt! Wunderbar! Wow! Ich glaub hinten da kommt ein Meteor auf mich runter. Ja, das hab ich auch gespürt. Wollt ihr jetzt runter gehen oder wollen wir noch mal den Weg, den da rechts nehmen? Rechts war noch ein Weg? Äh, Süden ausgesehen von Sabara. Ach so, ja, dass wir da noch lang können. Ja, renn nicht weg, wenn hier ein Champion ist. Danke! Was ist das ein Champion? Ja! Ah! Ich mein, der wär ja kein Thema für mich, aber, äh, du hast dir gerade selbst, du hast gerade selbst erkannt, wenn, äh, man Solo ist und, äh, angegriffen wird, ist das nicht so toll, weil sie sich teleportieren. Und wenn man keinen Schaden macht, dann ist das richtig scheiße, ja. Ja, ich mach ja schon Schaden, aber das ist halt trotzdem assi, wenn, äh, du gegen einen, äh, alleine bist und erst jemand teleportiert. Das stimmt. Geil! Ich wollte grad nur schlagen, Pech! Ich glaub, der Trick ist hier einfach nur mit Skills zu kämpfen. Ach so, da gehst du nach oben. Ich will nicht die da oben angreifen, wenn ich mich bewegen, danke. Das kenn ich auch, oder? Mann! Wie komm ich jetzt da hoch? Leil. Oder auch so. Ja, gut, dann halt so. Oh, Ruhm. Wahnsinn, ey. Hey, ja. Ich hasse diese Pilzgegenden eh. Hmm. Leider sieht man das ja, aber vorher nicht. Level up. Geht's it. Femmi schön. Bitteschön. Oh. Der ist explodiert Na komm Ich komm mal hier hoch Ein paar Fernkampfe ausschalten Jo, ich weiß hier das Ding ist hier noch rum Oh oh Eins tot Zwei tot Drei tot Sehr schön Wow Und nochmal noch eins tot Nummer noch eins Ja nochmal noch eins Ich dachte ich habe mich gerade verhört Nee, hast du nicht Na, es ist so scheiße Zwei tot Zwei tot Nummer drei stopp auch Dankeschön Ich kann auch Skillpunkte verteilen Ja, könnte ich auch Aber gerade kein Bock So War das hier alles, ja Ja Also, auch in die nächste Etage, ne Wurde ich sagen Yippie Ich bin schon auf den Boss gespannt, ne Dann kriegen wir bestimmt wieder einen Mantico oder so Und wahrscheinlich wieder einen nutzlosen Loot Na das sowieso Ist halt ein Boss Übrigens, da steht noch ein Gegner bei mir Irgendwie Und du stehst auch gerade nur dumm rum Ich habe gerade Ah, du standst gerade nur dumm rum, ok Ich bin ein Gegner Ja, ich bin ein Gegner Da wo ich stehe gerade Ich sehe keinen Ich hatte nur einen Beschnalltums rum getranst Hier ist ein Gegner bei mir Hier waren wir auch nicht Hier waren wir auch nicht Wenn wir jetzt weggehen und wiederkommen, waren wir hier schonmal Ah 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 Ok Ja Das war der verschweifte Versuch witzig zu sein Ich dachte es war schon wieder irgendwie Loriot oder so Ne, 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 ne Hätte von woher ja fast gepasst Echt